Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore ist der einzige Überlebende, ein sechsjähriger Bub, Medienberichten zufolge aus Italien, nach Israel gebracht worden. Die Umstände der Reise waren zunächst unklar. Italienische Medien berichten am Sonntag übereinstimmend von einer Entführung, nachdem der Vollweise am Samstag von seinem Großvater nicht wie verabredet bei der Tante väterlicherseits dem richterlich angeordneten Vormund abgegeben worden sei. Der Bub ist vom Großvater nach Israel gebracht worden, und das gegen den Willen der Erziehungsberechtigten und trotz eines vom Gericht ausgesprochenen Verbots das Land zu verlassen, teilte Massimo Sana, der Anwalt der Tante, auf Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft in der norditalienischen Stadt Pavia ermittelt demnach bereits wegen Kidnappings. Zugleich würden internationale Regelungen geprüft, um den Buben nach Italien zurückzuholen, ergänzte der Anwalt. Auch diplomatische Kanäle wurden aktiviert. Wir haben Aita nach Hause zurückgebracht, sagte Gali Pelek, Die Schwester der bei dem Unglück am 23. Mai getöteten Mutter des Buben, dem israelischen Radiosender 103FM, am Sonntag. Hintergrund ist ein Streit der Angehörigen des Buben, die das Sorgerecht für sich beanspruchen. Das Kind hatte bei dem Absturz einer Seilbahngondel am Pfingstsonntag seine beiden Eltern und seinen Bruder verloren. Insgesamt kamen bei dem Unfall in Pyrmont 14 Menschen ums Leben. Ein Gericht ernannte daraufhin die in Pavia in der Region Lombardei lebende Schwester des Vaters zum Vormund. Wir haben Aita nicht entführt, wir werden dieses Wort auch nicht verwenden, sagte Gali Pelek, die Schwester der Mutter. Das israelische Außenministerium prüfte am Sonntag den Fall. Von den Behörden in Italien gab es zunächst keine offizielle Auskunft.